Hi und herzlich willkommen zu meinem Dungeon Boss Guide zu Skamorak im normalen heroischen und mythischen Modus. Ja, bei dem Boss handelt es sich nominell um den zweiten Encounter in dem neuen Dungeon, das Steingewölbe. Der Bosskampf ist relativ einfach erklärt, denn er hat nicht allzu viele Fähigkeiten. Die erste Mechanik ist die Fähigkeit kristallines Schmettern. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um einen Schlag auf den Tank, welcher hohen körperlichen Schaden verursacht. Und viel wichtiger ist aber, an mehreren Positionen im Raum entstehen danach so kleine Kristallsplitter. Und diese Kristallsplitter haben halt die Funktion, dass wenn der Boss sich dann Ultimate castet, das ist also ein hohes Absorb-Shield, wird dieses Absorb-Shield verstärkt, je mehr Kristallsplitter noch übrig sind. Lange Rede kurzer Sinn, vor dem Absorb-Shield müssen wir also dafür sorgen, dass sämtliche Kristallsplitter zerstört wurden. Die zweite Mechanik ist dieser große Kreis um den Boss herum, eine Explosionszone, da muss man natürlich rauslaufen. Und wenn diese Zone explodiert, entstehen an mehreren Stellen im Raum nochmal so kleinere Explosionszonen. Da sollte man natürlich auch entsprechend nicht drin stehen. Das sind im Wesentlichen die Fähigkeiten, die im normalen und heroischen Modus hinzukommen. Im mythischen Modus gibt es dann noch eine weitere Fähigkeit, nämlich aus diesen kleinen Explosionszonen entstehen hier diese blauen Kugeln. Diese Kugeln haben die Funktion, dass wenn man diese aufnimmt, der Schaden und die Heilung während des Ultimates, also während des Absorb-Shields, auf dieses Schild um 50% erhöht wird. Der Effekt ist stackbar. Das heißt also, während des Ultimates verursacht der Heiler 50% pro Stack mehr Heilung und wir machen 50% pro Stack mehr Schaden auf das Absorb-Shield. Das ist insofern auch wichtig für den Heiler, als dass er während des Absorb-Shields, man sieht es hier, die ganze Zeit so pulsiert. Das ist also ein AOE, der für die Dauer des Absorb-Shields auf die Gruppe gewirkt wird. Da kann also extra Heilung in dem Sinne auch nicht schaden. Ja, und das ist am Ende des Tages der ganze Kampf. Mehr kommt nicht hinzu. Und ich denke, relativ selbsterklärend, relativ verständlich. Wir gucken uns nochmal einen Durchgang jetzt an, den ich so ein bisschen kommentiere. Also hier sieht man wieder, dass da Kristallsplitter erschienen sind. Es sind auch wieder, da wir im mythischen Modus gerade spielen, hier diese Kugeln erschienen, die wir eigentlich erst liegen lassen sollten, so lange bis das Absorb-Shield gewirkt wird. Diese Kugeln, die jetzt kommen, das ist der neue Dungeon-Afix, der hat mit dem Encounter nichts zu tun. Er macht wieder seine große Zone, die zerspringt in kleine Zonen. Und ja, was man jetzt sieht, ergibt sich sein Absorb-Shield und es leben hier noch kristalline Panzer. So, was natürlich jetzt dazu führt, dass sein Absorb-Shield signifikant erhöht ist. Sieht man jetzt hier ganz schön, quasi die Hälfte seiner Leben, die er noch hat, sind jetzt nochmal in dem Absorb-Shield mit oben drauf, weil wir es einfach jetzt gerade nicht geschafft haben, den letzten Splitter in time zu zerstören. Dementsprechend dauert jetzt hier diese Zwischensequenz auch wieder etwas länger. Er pulsiert wieder seinen AOE auf die ganze Gruppe. Der Healer muss da gut geben pumpen. Ich habe jetzt hier zwei Stacks von dem Debuff mir ergattern können. Verursache also 100% mehr Schaden auf das Schild. Ja, und in dem Sinne geht dieses ganze Spiel immer wieder von vorne bis hinten los, bis zum Ende des Kampfes. Ja, in dem Sinne habe ich euch alles damit gesagt, was es zu diesem Bosskampf zu wissen gilt. Wünsche euch demnach wie immer viel Spaß beim Selberspielen und sage jetzt schon mal Ciao. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.